Einer der großen Vorteile von meiner Arbeit ist, dass ich ganz viele tolle Menschen kennenlerne und ich habe auch immer wieder die Gelegenheit dazu, neue Bücher in die Hand zu bekommen und über so ein Buch, über ein ganz besonderes Buch, darüber möchte ich mich heute mit euch unterhalten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Steinzeit TV. Ich freue mich sehr auf den Inhalt dieses Buches. Ich habe es mit großem Erkenntnisgewinn gelesen und den Autor des Buches möchte ich euch heute vorstellen und das ist Milorad Kristic. Dobro jutro, kako si? Dobro jutro, dobrosam. Aber halten wir das immer in der Sprache, weil wir uns besser verstehen. Herr Kristic, herzlich willkommen bei uns in Leipzig. Es freut mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir uns zusammentun, dass wir über Ihr Buch sprechen dürfen. Sie kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien und ich hatte mal eine Freundin aus Jugoslawien. Ich kannte noch ein paar Worte, ein paar gute, ein paar schlechte Worte bleiben hängen und ich habe eine große Affinität in das Land. Also es hat mich schon immer fasziniert. Jugoslawien war in Urlaub, da unten auch. Und jetzt möchte ich mit Ihnen in Ihr Buch einsteigen. Bevor wir zu Ihnen kommen, wieso jetzt? Wieso jetzt in die Öffentlichkeit? Wir sitzen ja jetzt nicht im Wohnzimmer und plänkeln hier bei einem Glas Wein, sondern es wird viele Menschen erreichen, dieses Buch. Warum darf Ihr Baby jetzt in die Welt hinaus? Erstmal darf ich sagen, dass ich Sie beglückwünsche, dass Sie eine Freundin aus Jugoslawien hatten. Also ich komme aus Jugoslawien und hatte noch nie eine Freundin aus Jugoslawien. Tatsächlich. Somit hat jeder noch was vor in seinem Leben. Aber ich bin so glücklich verheiratet, dass sich diese Frage für mich also ganz sicher erübrigt hat zwischenzeitlich. Ja, warum? Warum jetzt? Erstmal, ich würde mal so sagen, ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn ich auch vorher oder früher in der Lage gewesen wäre, so ein Buch zu schreiben. Das war ich der Faktor nicht. Ich hatte diese Erkenntnisse nicht, die ich in der Zwischenzeit oder jetzt gewonnen habe. Und warum jetzt? Wir sind auf der Zielgerade. Das ist meine Wahrnehmung. Ich sage das absichtlich so betont. Das muss ja nicht die Wahrheit sein. Nach meiner Wahrnehmung befindet sich die Menschheit auf der Zielgerade. Ich will Ihnen nur wenige Fakten sagen, um die Sendezeit nicht zu sprengen. Ich beobachte, dass beispielsweise durch die explodierende Weltbevölkerung, wir sind jetzt irgendwo bei knapp 8 Milliarden, dass dem gegenüber kein erprobter Herrschaftskonzept gegenübersteht. Wenn wir jetzt dafür unsere ach so lieb propagierte Demokratie heranziehen, dann muss man sagen, die ist die jüngste Regierungs- oder Herrschaftsform. Die ist am wenigsten erprobt. Die funktioniert in vielen Teilen so schlecht, als dass wir das Funktionieren der Demokratie mit der Waffe nachhelfen müssen. Und man muss eigentlich gar nicht besonders intelligent sein. Und trotzdem wird es uns als das erfolgreichste Modell verkauft. Vielleicht ist das, dass wir gegenwärtig am besten können, weil man uns alles andere entrissen hat. Ich will aber nicht missverstanden werden, dass ich in die Diktatur will oder irgendeine andere Art von Monarchie. Nein, um mich besser zu verstehen, muss man vielleicht wirklich nachlesen. Das kann ich also jetzt hier nicht alles erzählen. Aber warum jetzt? Wenn Sie sich vorstellen, dass zur Lebzeiten von Jesus Christus auf der Erde halbe Milliarde Menschen plus minus gelebt hat, dass Verdoppelung dieser Population bis 18. Jahrhundert knapp plus minus gedauert hat, dass wir zwischen 18, also zwischen 1800 und 1945-50 eine weitere Verdoppelung schon hatten, trotz zwei Weltkriege, die sehr viele Menschen umgebracht haben. Aber dann waren es zwei Milliarden, also plus minus nach dem Zweiten Weltkrieg waren es zwei Milliarden. Und zwischen dem Zweiten Weltkrieg und heute haben wir acht. Also jeden Tag kommt die Bevölkerung von Augsburg neu dazu, habe ich mal gelesen. Ganz genau. Dem gegenüber steht die sogenannte Elite vor einem Problem. Wie beherrsche ich, ich kann das B auch in Klammer setzen, so viele Menschen? Und auf diesem Weg ist eine große Hektik jetzt sichtbar, was soll gemacht werden. Und ich glaube, einige Dinge erkannt zu haben, die den Menschen durch dieses Seiners beherrschend sein wollen zu müssen, in riesige Gefahr bringen über diesige Leben hinaus. Und das wollte ich nicht für mich behalten. Okay, okay. Steigen wir mal ein. Also das Buch heißt Die geistige Unterwerfung, Fremdherrschaft über unsere Gedanken. Das ist nicht Ihr erstes Buch. Sie haben auch die anderen Bücher noch da. Verkaufte Demokratie und Menschheit im Umbruch. Also Sie sind schon seit einigen Jahren als Autor eben auch tätig. Wie gesagt, Ihre Zeit als Unternehmer ist wahrscheinlich sehr getaktet, nehme ich mal an. Sie sind im Umweltbereich tätig und Lebensmittelindustrie, haben Sie gesagt. Da kann ich mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, diese Gedanken alle zu Papier zu bringen. Ich habe einiges aufgeschnappt, was ich schon oft auch in anderen Aspekten gesehen habe. Aber wie Sie es geschrieben haben, hat mich also wirklich jetzt sehr animiert, da tiefer einzusteigen. Deswegen bin ich jetzt echt froh, dass wir das mal, weil wir haben schon so oft miteinander gesprochen jetzt. Wir wissen, wir könnten jetzt stundenlang sprechen. Es geht mir eher darum, wie kriege ich jetzt alles rein, was Sie gesagt haben. Also einer Ihrer ersten Gedanken ist, dass der geistige Zustand von uns Menschen sehr Anlass zur Sorge gibt. Also es gibt immer mehr Suizide, Amokläufe und auch scheinbar aus nichts entstehende Tötungsdelikte oder so. Was glauben Sie, wieso ist es so weit gekommen, dass unsere Gesellschaft sich plötzlich in so einem ganz komischen Fahrwasser befindet? Also ich versuche, das jetzt tatsächlich Ihnen zu beantworten aus der Sprache eines Unternehmers. Und ohne jede Überheblichkeit. Ich denke, wenn wir in diesen geistigen Teil jetzt abdriften, überfordern wir allenfalls uns und unsere Zuschauer sowieso. Wenn ich als Unternehmer jetzt beispielsweise einer meiner Betriebe nehme, dann werde ich feststellen, dass zum Beispiel ein Gabelstaplerfahrer oder ein Lagerarbeiter ein ganz, ganz ehrenwerter Mensch ist, wo wir sehr, sehr tankbar sind, dass er bei uns ist, dass er diese tolle Arbeit macht. Und auf der anderen Seite der Kette nehme ich meinen Generaldirektor eines Unternehmens und muss auch feststellen, dass es ein toller Mensch ist, seine Arbeit macht und dass die meisten Mitarbeiter sind froh, dass er diese Arbeit macht. Aber der Generaldirektor ist auch froh, dass es diese Gabelstaplerfahrer gibt und diese Lagerarbeiter. Wissen Sie, wie ich ein Unglück auslösen kann? Wissen Sie, indem ich den Gabelstaplerfahrer zum Generaldirektor mache, da löse ich größeren Unglück, als wenn ich den Generaldirektor zum Gabelstapler degradiere. Weil der Direktor wird sich vom Gabelstaplerfahrer wieder hocharbeiten, weil er die Fähigkeiten besitzt. Der Gabelstaplerfahrer wird sich in seine neue Stelle als Generaldirektor, der wird einen kurzen Moment, einen Kick bekommen. Jetzt kann und darf ich alles. Er wird aber bereits nach einem halben Tag, spätestens am nächsten Tag feststellen, dass der hoffnungslos überfordert ist. Und ich glaube, dass am Ende, so er beispielsweise verpflichtet und verhaftet werden würde in so einer Arbeit, er würde sich wahrscheinlich das Leben nehmen. Das würde bis zum Suizid führen. Warum erzähle ich Ihnen das auf diese Art und Weise? In uns ist etwas passiert, in den letzten paar Millionen Jahren. Das ist eigentlich schöpfungsgeschichtlich, also ich bemühe jetzt einmal diese Worte, Akrobatik. Das ist Klacks. Es ist etwas passiert, dass wir den Verstand zum Chef gemacht haben, obwohl er eigentlich gehorchen soll. Und unser Geist, unsere geistige Kraft haben wir versklavt. So, jetzt ist die Frage, die Zeit unseres Lebens hier auf Erde, sind diese zwei, ich nenne es einmal in Häkchen Individuen, sind unzertrennbar durch unser Körper miteinander verknüpft, rein irdisch betrachtet. Und der Verstand, also der unwissende Gabelstaplerfahrer an der Stelle eines Generaldirektors, der diktiert jetzt, wo es lang geht. Der Generaldirektor sieht den Abgrund. Er sieht auch diesen ganzen Wahnsinn, das da vielleicht passieren wird mit dem Unternehmen und mit allem, was sich da anschließt. Aber er ist eingesperrt. Und ich habe mich gefragt, gibt es eine Möglichkeit, den Menschen in einer einfachen Sprache, durch Metaphern, durch einfache Beispiele, eine kleine, schmale, wackelige Brücke herzustellen zwischen diesen beiden Individuen, dass sie begreifen, dass sie sie einander bedingen, aber dass sie um Himmelswille nicht in der falschen Tätigkeit weiter verhaftet werden sollen. Das hat mich animiert und wie gesagt, jetzt mache ich mal ganz kurzer Erskurs nach unserem Ableben. Das, was wir als Verstandsmenschen produzieren, sagen, denken, das nehmen wir alles mit. Und dafür gibt es viele Überbegriffe und da denke ich, muss man nicht weiter ausführen. Aber insbesondere die Last ist sehr schwer, die wir mitnehmen. Und eine meiner finalen Motivation war die Tatsache, dass wir langsam aber sicher in eine Zeitepoche einsteigen, wo unsere Gedanken uns weggenommen werden. Aber durch das Wegnehmen unserer Gedanken, die Schöpfung kennt diesen Prozess nicht, bleiben die Gedanken trotzdem unser Eigentum. Also wird jetzt fremd ausgelöst, was wir tun, denken, aber die Last dessen, was wir tun, denken, denken ist auch tun, die tragen wir selbst. Und ich habe mit wenig Optimismus das Buch geschrieben und ich habe gesagt, wenn ich einen Menschen erreiche, der mich versteht, dann bin ich dem Himmel dankbar. Und wenn es tausend sind, dann ist es mehr als ich erwarte. Wenn es eine Million ist, dann ist es unwahrscheinlich. Also ich bin da sehr, sehr bescheiden und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, brechen wir es auf ganz, ganz weiterer Ebene. Selbst wenn es am Ende und vielleicht auch nach meinem Ableben nur meine Kinder verstanden haben, so bin ich trotzdem ein glücklicher Mensch. Mir ging es auf jeden Fall viel, viel besser, nachdem ich das Buch finalisiert habe. Ich würde gerne den Gedanken von diesem Verstand und Geist nochmal etwas aufnehmen. Das wollte ich eigentlich ein bisschen nachher sprechen, aber egal, das können wir jetzt gleich auch machen. Und zwar habe ich da eine klare Unterscheidung gefunden, wie sie das darstellen. Gerade weil Sie gesagt haben, das Konzept von Reinkarnation ist für viele nicht so richtig greifbar und viele in unserer eher materiell geprägten Welt sind natürlich da auch komplett weg. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Evolutionsbiologen, ein Professor, der reine Evolutzer, reine Biologe, da vorher nichts, danach nichts. Und ich war erschüttert von so einem hohen Geist, von so einem hohen Verstand, aber nichts verstanden im Leben eigentlich, obwohl ich, ich habe es besser verstanden wie er, das wollte ich sagen. Ihr Beispiel ist eigentlich so, dass man sich das so vorstellen sollte, ein Auto und ein Fahrer. Also ein Auto steht nachts in der Garage und der Fahrer bleibt dann, wenn er schläft, nicht im Auto sitzen, sondern geht ins Bett und schläft. Und das wäre ja unsinnig. Also ich finde dieses Modell schön, dass wir, der Geist von uns, der sich in diesem Körper, in diesem Vehikel befindet, der geht nachts auf Reisen. Der ist nachts woanders. Und neulich, als wir genau über das gesprochen haben, hatte ich auch einen so intensiven Traum, als ich aufgewacht bin, hatte ich ein paar Minuten gebraucht, um erst wieder zu realisieren, wo bin ich eigentlich und wo war ich da eigentlich? Ja, ich war auf einem Kreuzfahrtschiff und war, das war ein ganzes Leben, habe ich da geträumt. Und das war dann eben die Frage, ja, wo geht mein Geist eigentlich hin, wenn er nicht angeschlossen ist ans Auto? Was, wo bin ich dann eigentlich? Und ich finde dieses Konzept ganz gut, um zu verstehen oder vielmehr den Menschen klarzumachen, das, was wir als Realität empfinden, ist vielleicht nicht das, was real ist wirklich. Können Sie den Gedanken vielleicht noch mit ein bisschen mehr Geist füllen, ja, wie Sie das sehen, Geist, Verstand, wo Sie da die große Unterscheidung sehen? Es sind, wie gesagt, zweierlei. Das ist, im Prinzip kann man es ja so vergleichen, dieser Vergleich mit dem Auto und so weiter ist übrigens nicht ganz von mir. Auch ich habe diese Beispiel zweckentfremdet zum guten Zweck. Aber der ist sehr, sehr gut beschrieben und ein sehr guter Gedanke. Im Übrigen nur nachts, wenn Sie nachts beispielsweise aus dem Auto, Sie steigen da kurz vor der Nacht vielleicht auch. Es gibt vielleicht noch so ein paar Autoverliebte, die schlafen auch da drin, aber das ist ja nicht, wie reden wir jetzt. Aber Sie steigen garantiert aus diesem liebgewonnenen Fahrzeug. Es gibt Leute, die fahren das Auto sehr lange, 20 Jahre und so weiter. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt der Trennung. Und dann fährt dieser Mensch die letzte Fahrt hinwohin? Zu der Schrottpresse. Jetzt frage ich jeden, bleibst du jetzt im Auto sitzen, wenn die Schrottpresse angeht? Natürlich nicht, sagt er. Natürlich nicht. Aber warum nicht? Du warst doch in der ganzen Wahrnehmung deines letzten 20 Jahre im Straßenverkehr, warst du mit deinem Auto ein Fahrzeug. Weil kein Blitzer, kein Vorbeifahrender oder Nebenbeifahrender anderer Autofahrer hat dich wahrnehmen können als den Robert Stein, als den Müller-Rat Christitsch. Sondern er sagt, das ist der 57er BMW, das ist der Audi A6 oder was weiss ich. Und also waren wir immer ein Fahrzeug. Zeit unseres Lebens. In der Wahrnehmung des gesamten Straßenverkehrs. Und plötzlich zum Zeitpunkt des Todes von dem Auto sagen wir, nein, ich bin in das Fahrzeug. Ich steige aus und gehe. Und was mache ich dann? Ich kaufe mir Gott neu. Also ich steige um. Und das, was Sie angesprochen haben nachts, unser Geist, es gibt ja auch diese ganzen Ausdrücke, finden Sie auch in der fantastischen Volksweisheit, lass deinen Geist zur Ruhe kommen. Viel häufiger, wie intelligente Menschen sagen, lass deinen Körper zur Ruhe kommen, sagen, lass doch mal deinen Geist zur Ruhe kommen. Schalt mal ab. Das heißt, es soll anscheinend etwas ausgeruht werden, was wir de facto in unserem Tagesgeschäft gar nicht wahrnehmen. Irgendwas stimmt doch da nicht. Genauso wenig, wie ich eben ein Fahrzeug bin, sondern ich bin ein Fahrer des Fahrzeugs, genauso wenig bin ich auch mein Körper, weil ich habe einen Körper. Ich bin ein bisschen multilingual und in dieser Sprache, wo ich kenne, gibt es nirgends, dass der Mensch sagt, ich bin mein Körper, sondern in aller Sprache heißt es, ich habe einen Körper. Also es sind ja zwei Subjekte. Und da ist also die Existenz erst mal absolut unbestritten. Sonst hätten wir nicht diese Sprache. Sonst hätten wir das nicht so gehabt. Nun aber den Geist, wie soll ich Ihnen das versuchen zu erklären, ich bin ja kein Hellseher. Ich sehe ja keine Geister. Und das ist auch gut so, das ist in der Schöpfung vorgesehen, dass wir in dieser Welt, diese Welt leben. Aber Sie schauen schon genau hin auf der Welt. Ich schaue schon genau hin. Aber ich würde meinen Geist, ich würde meinen Geist, so viel maße ich mir nicht an, aber meinen Geist würde ich sagen, das ist jemand, den ich namentlich nicht kenne, weil ich einen Namen bekommen habe mit der Geburt, was ich trage. Aber ich bin er und er ist Zeit dieses Lebens ich. Und das ist diese feine Unterscheidung. Nur Zeit dieses Lebens, was ich hoffe, dass ansehnliche Länge erfahren wird, trägt dieser Geist Namen Milorad Kostic. Davor und danach keine oder andere Namen. Wir wissen es ja nicht. Dieser ganze oberflächliche Geschwätz über Wiedergeburt, Wiederauferstehung, aber Wiedergeburt wiederum pervertiert, so nach dem Motto, ich komme wieder und erinnere mich und dann werde ich euch schon zeigen und so weiter. Das ist alles Quatsch. Also wir verlassen irgendwann diese Körper. Wir habe ich jetzt ihren und meinen Geist angesprochen. Wir verlassen diese Körper und gehen weiter. Und die große Hoffnung, die wir nicht nur haben sollen, an dieser Hoffnung müssen wir arbeiten, ist, dass wir weitergehen im Sinne des Aufsteigens und dass wir nicht nach Verlassen des Hauses, das ist unser Haus, tief abstürzen. Beides ist möglich. Im gesetzten Fall, Sie haben ein Haus, Sie haben ein Haus, denke ich mal, und Sie kümmern sich nicht nur um die vier Wände von innen, sondern Sie pflegen auch alles andere. Sie kümmern sich um die Infrastruktur, wo genau es ist und so weiter. So sind Sie jedes Mal, wenn Sie aus dem Haus rausgehen, ebenfalls drittsicher. Sie kann also selbst in der tiefsten Nacht nichts überraschen, Sie werden aber nicht stolpert, weil Sie alles pflegen, weil Sie das verstehen, auch außerhalb Ihres Hauses. Und deswegen sind Sie drittsicher. Wenn Sie aber jemand wären, das in diesem Haus lebt, wie ein Messi, nicht rausgeht, nur hortet, frisst, macht, vielleicht am Ende nicht einmal laufen kann, mehr googeln und kugeln, und wenn Sie dann irgendwann zwangsläufig aussteigen, kann sein, Sie fallen raus und Sie stellen fest, da ist ja gar kein Treppe, da geht es vier Meter tief, weil Sie gar nicht draußen waren. Und deswegen ist es ja ganz wichtig, dass wir versuchen, das auch von außen zu sehen. In Englisch gibt es ja diesen fantastischen Ausdruck, Thinking outside of the box. Das heißt, sowohl in diesem Leben, versuch die Dinge von außerhalb zu sehen, und dann wird das Bild des Lebens immer weniger eine abstrakte Angelegenheit und immer mehr eine klare. Sie haben mir gerade zum ersten Mal ein Gedanke gegeben, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, dass mein Ich, so wie ich jetzt bin, der, der in mir denkt und wie ich mich wahrnehme, dass das dann doch irgendwie aufgehen wird in einem größeren Ich, also dass dieser Robert, der in mir steckt, dass der nicht sterben wird, aber zurückgehen wird zur Quelle. Da muss ich jetzt gerade echt irgendwie damit nicht knabbern, aber so, da stimmt, also so wie ich bin, wird es mich nicht mehr geben, selbst wenn ich wiederkommen sollte, vielleicht bin ich dann Roberta oder Klaus oder Monika. Roberta werden sie nicht werden, wenn sie richtig leben, weil das wären ja so etwas wie verbogene Seelen, das heißt, sie würden dann im nächsten Leben oder irgendwann einmal als Frau zur Welt kommen, das ist erst einmal von der Grundordnung, von der Grundarchitektur der Schöpfung so nicht unbedingt vorgesehen. Ja, aber sie kommen einmal als Frau, einmal als Mann, einmal als Opfer, einmal als Täter, also wir gehen einfach alle Schulklassen mal durch. Ich weiß nicht, worauf Sie das stützen. Sie sind zwar ein Interviewer und ich beantworte die Frage, aber ich muss sagen, dass ich diese Theorie Ihnen leider nicht jetzt recht geben werde. Weiß ich nicht. Weil diese wechselseitige, also ich versuche das in meinen seltenen Vorträgen, muss ich sagen, aber wenn ich dann mich hinstelle und was erzähle, versuche ich zumindest mal nach bestem Wissen und Gewissen, das zu sagen. Es gibt nur zwei Richtungen, Herr Stein. Nach oben und nach unten. Deswegen können Sie auch diese ganze Farbgebung und die Richtungsgebung in der Politik, können Sie in die Tonne klopfen. Links, rechts, schwarz, blau, gelb und so weiter. All diese Richtungen und diese Farbe sind eigentlich gemacht, um die Menschen zu verirren. Mit Erfolg. Im Tat und Wahrheit, lieber Herr Stein, werden Sie, wenn Sie aus diesem Leben scheiden, aufsteigen oder absteigen. Wenn Sie aufsteigen, dann frage ich Sie, warum sollen Sie noch mal auf die Welt als Diener kommen, wenn Sie jetzt schon beispielsweise ein Herrscher waren. Sie steigen ja auf. Das heißt, dieser Wechsel, das heißt, man soll alles ausprobieren. Ich glaube, das ist eher so ein irdisches Geplänkel. Lass uns mal alles ein bisschen machen. Wir wollen ja alles. Wir wollen mal ein bisschen freie Liebe, mal ein bisschen über... Zwischendurch gehen wir mal auch beten. Also wenn wir so, gerade so nach einer tollen Nacht mit dem Gruppensext und so weiter, am nächsten Tag gehen wir zum Priester, küssen ihm den Ring und rezitieren irgendwelche Gebete, die wir nicht empfinden, sondern einfach auswendig gelernt haben. Das ist es nicht. Sie haben eine Richtung und die geben Sie in diesem Leben vor. Ich bezeichne das Leben immer in der Verzweiflung, es kurz sagen zu müssen oder verständlich sagen zu müssen. Ich bezeichne unser irdisches Leben wie ein sehr, sehr großer Kreisverkehr. Also jemand, der zweieinhalb Millionen Kilometer im Auto verbracht hat, er kommt von der Straße irgendwie nicht richtig weg. Also und in diesem Kreisverkehr gibt es ja so viele Abfahrte. Und wenn Sie also in diese Leben jetzt hineinkommen, ist es dieser Kreisverkehr, wo Sie Kraft Ihre eigene Entscheidung, denn die Abfahrt selbst bestimmen werden. So. Also mein Leben jetzt ist die Disposition für die nächste. Wohin? Aber ich will Ihnen einfach Ihnen und allen Zuschauern, die es mögen, möchte ich einfach diese Märchen wegnehmen, dass wir so ein bisschen so hin und her pendeln. Ja, und mal sind wir das, mal sind wir jenes. Nein, es gibt zwei Richtungen, rauf oder runter. Was anders habe ich nicht erkennen können. Erstens mal durch mein Denken und mein Findenwollen und mein Sehenwollen nicht, aber auch durch, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, viele tausend von Seiten, von verschiedensten Schriften und so weiter, konnte ich also das nicht finden. Ja, und ich habe mich wirklich bemüht, sage ich jetzt mal, vom Ibo-Laoze, Buddha und wie sie alle heissen, selbstverständlich Mohammed, Jesus Christus und so. Das heißt, die Menschen, als Menschen haben sie unter uns gelebt, ja, einfach die Welt auch durch deren Auge mal gesehen zu haben und ich fand also diesen Spaziergang mal hier, mal da nicht, rauf oder runter, das alles. Wir werden die Antwort bekommen, jeder von uns bekommt es. Selbstverständlich. Wir werden jetzt bestimmt auch keine Lösung finden für diesen Gedanken. Mich würde es echt interessieren, in welche Richtung es geht, wir können ja nur darüber nachdenken, aber Ihr Buch hat den Titel Die geistige Unterwerfung. Ja. Sprich, wenn wir uns die Welt jetzt mal so anschauen, wie sie sich gerade offenbart, dann haben wir ja in allen Systemen mehr oder weniger ist es kurz auf knapp, egal ob das jetzt Wirtschaft ist, Ökologie, Wissenschaft, Kultur, Technik, alles ist irgendwie so gerade am Zerreißen, habe ich das Gefühl und alle Systeme sind irgendwie kurz vor einer großen Reform. Ob es einen großen Kollaps gibt, weiß ich jetzt nicht. Was glauben Sie, was jetzt so der Zeitgeist ist, was wollen Sie auch vor allem ausdrücken mit Ihren Gedanken? Sie haben geschrieben, es gibt die Welt Glaubende, Ungläubige und Glaubenwollende. Die Glaubenden, die brauchen keine Hilfe, den Ungläubigen, denen kann nicht geholfen werden und für die Glaubenwollenden, von denen noch einige den Weg aus der Verirrung suchen, für die ist dieses Buch geschrieben worden. Was wollen Sie denen mitgeben als Werkzeug für Ihren Alltag oder für die kommende vielleicht schwierige Zeit? Was glauben Sie, wo es jetzt hingeht? Erstmal, an allererster Stelle versuche ich zu vermitteln, dass es keine kollektive, übergeordnete Verantwortung und Anordnung gibt. Niemand kann mir Anordnung etwas zu sein, was ich nicht sein will. Niemand kann mir befehlen, etwas zu tun, was ich nicht tun will. Das sage ich im vollen Bewusstsein der Schwere dieses Satzes. Wenn ich beispielsweise an die Soldaten denke, da sind wir sehr, sehr schnell, das zu sagen, na gut, er hat ja nur Befehl ausgeführt. Aber ich habe beispielsweise mit Piloten gesprochen, die bei NATO-Flüge über Jugoslawien Bomben abgeworfen haben und da gab es also nicht wenige, die haben sich geweigert, die Bomben abzuwerfen, weil sie gesehen haben, dass es da unten keine militärischen Ziele gibt und dass eine Brücke über Sawa oder über Donau kein militärisches Ziel ist. Und haben es in der Adria abgeworfen. Und haben es in der Adria geworfen und so weiter, haben aber vielfach auch am Funk gesagt und so weiter Befehl ausgeführt, also die Bombe abgeworfen. Und so, das möchte ich einfach mal als Kleiner, ich denke, ein oder andere wird das auch sehen und vielleicht auch dankbar sein, dass man das erwähnt. Aber da sehen Sie, dass wir im Prinzip nicht immer uns zurückziehen können und sagen, der hat mir gesagt, dass ich das tun soll. Ich habe beispielsweise leicht aus der Ferne den Jugoslawien, also den Bosnienkrieg erlebt und das sage ich auch heute übrigens auch in meinen Auftritten und Referaten auch in Serbien und in Bosnien, ich sage, ich weiß, dass dieser Krieg von außen angezettelt war, ich weiß auch, dass er von außen finanziert war, das ist alles klar, aber ich weiß, wenn es jeder von euch hat nicht tun wollen, Wieso ist das passiert? wäre es nicht möglich gewesen. Das heißt, jeder Einzelne, nur in der Selbstverteidigung sind die Dinge möglich, aber sonst nicht. Ich zitiere da übrigens so manchmal in meinen Vorträgen, ich gebe zu, ich trete da relativ provokant auf, also mit einer Dosis als Selbstsicherheit, das einer oder andere schon als Selbstherrlichkeit bezeichnet hat. Ich frage beispielsweise Juristen, wie ist es möglich, lieber Herr Gerichtspräsident sowieso oder Rechtsanwalt sowieso, wie ist es möglich, dass Sie, um Ihren Berufsstatus zu erreichen, haben Sie, ich weiß nicht, wie viele Tausend Gesetze und Verordnungen auswendig lernen müssen, um die Klausuren, um die Prüfungen zu bestehen und wenn ich Sie jetzt bitte, dass Sie mir die zehn Gebote, also es sind zehn Sätze, dann stottern Sie. Stimmt, das haben die wenigsten auf dem Töten. Was ist mit, und dann sage ich meistens, sorry, fünfte Gebot ist sehr kurz. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht töten. Übrigens, du sollst nicht töten, Punkt. Nicht, du sollst nicht töten, Komma, es sei denn, es geht um Erdöl. Oder es, ich weiß, was Sie meinen. Verstehen Sie, das heißt, es gibt kein Komma oder es sei denn, er hat meine Frau beleidigt oder er, seine Religion entspricht nicht der meine. Und, und, und. Nein, meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Menschen, es gibt in diesem Gebot nach dem, du sollst nicht töten, kein Komma, es ist ein Punkt. Und so sind auch übrigens die anderen Gebote ebenfalls, die unser Leben wunderbar regeln könnten. Aber wir haben Tausende oder Hunderttausende Gesetze und Verordnungen, dass wir quasi, um das unser Leben zu regeln, neu geschaffen haben, haben aber die zehn, die es wirklich schaffen können, beerdigt. Und das ist etwas, und dann geht es ja weiter mit den Naturgesetzen. Sie haben das ein bisschen in Ihrer Frage schon angesprochen, wo geht es hin, etc. Ich stelle oft auch die Frage, tue ich hiermit auch. Wir ständig sagen, wir in unserer Tagesunterhaltung, unterschiedliche Ebene, nicht nur wissenschaftliche, sondern auch einfach, sage ich jetzt mal, beim Bäcker, ja, das ist doch ein Naturgesetz, haben wir immer wieder mal auf den Lippen. Und das finde ich ja ganz spannend. Und wenn ich dann die Menschen im Raum habe und sage, ich bin dann ganz ruhig und sage, sagen Sie mir bitte einen Naturgesetz. Ich frage keine fünf ab und keine zehn und auch nicht zwei. Ich frage nur einen. Lieber Herr Stein, bis jetzt habe ich noch nie einen einzigen Naturgesetz genannt bekommen können von den Zuhörern. Und das ist etwas, wo ich nicht den Menschen vorwerfe, die mir zuhören oder zu denen ich spreche in diesem Moment. Das ist etwas, das schockiert mich. Was hat unsere Schulbildung geleistet? Klammer auf, nicht, Klammer zu, geleistet. Was haben ganze unsere sogenannte Religionsunterrichte? Wem dienen sie, wenn sie es für entbehrlich gehalten, könnten einige wenige, dafür aber kurze, klar prägnante und leicht verständliche Naturgesetze, zum Beispiel das Gesetz des Lebens. Das ist für mich immer eine nette Zuwendung, weil es einfach ist. Das Gesetz des Lebens heißt schlicht und ergreifend, alles kehrt zu seinem Anfang zurück. Würden wir also das Leben so verstehen, alles kehrt zu seinem Anfang zurück, würden wir auf eine nahezu automatische Art und Weise auch gewisse Angst von dem physischen, körperlichen Tod verlieren. Weil es ist irgendwie, wird uns das als Anfang gesagt. Nein, wir haben vielmehr etwas anders implementiert in unserer Sprache, in unserem Denken, in unserem Verstand. Alles hat seinen Anfang und sein Ende. Und das Ende ist das, was uns die Angst suggerieren soll. Und wenn ich jetzt auf dem Weg, vor dem Ende, Leute positioniere, die meinetwegen ja schwarze Kutten tragen und was weiß ich und so weiter und unterschiedlich angezogen sind, die sich alle als die Botschafter und die Vermittler, natürlich mit einer gewissen Provision, weil die leben ja schließlich auf dieser Welt, verstehen, für das nach dem Ende, dann treibt mich meine Angst ihnen in den Schoß. Weil ich Angst von dem Ende habe. Würde ich aber das Leben verstehen, alles hat seinen Anfang und sein, Entschuldigung, alles kehrt zu seinem Anfang zurück, dann würde ich sagen, ja, was soll der für mich botschaften? Ich fange doch dann an. Es wäre dann, er wäre für mich denn ein Lehrer. Ich würde ihn anders wahrnehmen, allerdings müsste er sich auch anders verhalten. Lassen Sie uns in die Vergangenheit ganz kurz aber auch in die Gegenwart blicken. In der Vergangenheit konnten wir immer wieder Priester finden, die Waffe segnen. Das ist etwas, übrigens, ich musste ja gar nicht... Ich kenne diesen Moment, wenn ein Priester die Soldaten segnet. Ich musste gar nicht 50 Jahre alt werden, um da aufzuschlucken, dass hier etwas nicht stimmt. und jetzt haben wir zur Gegenwart, jetzt heißt es, ich möchte diese Worte nicht wiederholen hier, Sie wissen, was geschrien wird, wenn der Sprengstoffgürtel gezogen wird, also das möchte ich wirklich mit Absicht hier nicht wiederholen. Und da beruft man sich auch auf etwas... Auf eine höhere Instanz. Auf die höhere Instanz, etc. Wir wissen beispielsweise, dass wir in der Gegenwart häufig auch in den sogenannten Gotteshäusern, da tue ich mir auch schwer, sehr schwer, das auszusprechen, muss ich ehrlich sagen, dass da unterschiedliche Religionen unterrichtet werden. Ich konnte beispielsweise erleben, dass die Beerdigung meines Vaters, der mitten im Bosnienkrieg gestorben ist, dass der Priester, der diese, ich sage es mal, Zeremonie, ich habe keine andere Worte dafür, gemacht hat, und es war ein christlicher Priester, der hat also das eher so als Pille-Palle-Angelegenheit für sich mal gesehen, aber der hat zu den Menschen gesprochen auch und hat gesagt, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt müssen die Serben aufstehen, und so weiter, und ich habe ihn angeschaut und ich habe für einen Moment gedacht, wer ist er? Seine zwei Kinder hat er übrigens nach London geschickt zu dieser Zeit. Ah, okay. Ja, aber die andere anzuhetzen, die sollen jetzt hingehen und ihr Leben lassen für nichts. Übrigens, der Bosnienkrieg ist ein gutes Beispiel, weil wir es A vor der Haustür gehabt haben und B, weil wir wissen, dass all diese Menschen, die dort gestorben sind, für gar nichts gestorben sind. Es ist nur was Neues geschaffen worden, was gut ist, etc. Und da habe ich eine große Mühe mit vielen Religionsvertretern und große Achtung von vielen Religionsvertretern, die eher anders sind. Ich häufig sage, ich habe einen Satz, der polarisiert ein bisschen, ich sage, ich weiß, dass es unter den religiösen Menschen auch Menschen gibt, die an Gott glauben, aber es sind ja nicht viele. Meistens glauben sie an die Religion und nehmen den Gott als Vehikel durch ihre Religion, weil der ist das, der diese ganze Konzept und Modell ermöglicht. Dafür ist er aber wirklich nicht da. Das ist eine gewaltige Herabzerrung, wo ich eine große Mühe habe und wo ich denke, dass wir uns geistig so beschädigen, Herr Stein, dass wir am Ende vielleicht ungewollt, so viel zu dem Glauben Wollenden, weil wir wollen, deswegen folgen wir auch jemandem, von dem wir annehmen, der es besser kann und landen dann nicht in diese Richtung, sondern in diese Richtung. Das sind so meine Gedanken, die polarisieren. Im Übrigen, Sie haben das Buch gelesen, ich empfehle dem Leser ganz klipp und klar, sich meine Thesen nicht anzuschließen und auch das Buch inklusive die Zeit, die er dafür aufgewendet hat, zur Seite zu schieben und sich mit seinen schöneren Dingen, das Leben zu befassen, wenn er von seinem Leben und seinen Thesen überzeugt ist. Das hat mir gefallen beim Lesen. In einem Kapitel kommt es dann, lieber Leser, wenn Sie bisher gekommen sind, dann herzlichen Glückwunsch, sollte das mit Ihrem Leben nicht vereinbar sein, dann kein Problem, legen Sie es hin, ein schönes Leben und dann für die, die es weiter interessiert, hier geht es weiter. Gerade diese Art, wie Sie in direkten Kontakt gehen oder in Austausch gehen mit dem Leser, das hat mir gefallen. Auch jetzt mit Ihnen, mit den Zuschauern. Das Schönste, was passieren kann, dass die meisten Thesen, die ich in meinen Büchern aufstelle, dass die falsch sind, dass die ein Produkt sind von einem überarbeiteten, durchgeknallten Unternehmer sind, der einfach irgendwo so seinen Weg verloren hat oder jetzt plötzlich zu einer Berühmtheit aussteigen will. Also ich kann es, und wenn ich mich dann irre, ich sage das auch meinen Kindern, ich erwähne meine Kinder deswegen, weil das ist meine nächste Instanz, da sehe ich meine größte Verantwortung. Sie sind ein fünffacher Familienvater. Ich bin ein fünffacher Familienvater. Zwei ganz kleine Kinder auch. Ich sage, wenn sich euer Vater irrt und sollte er das erleben und ihr habt ja den Beleg, dass ich mich geirrt habe, lass uns feiern. Lass uns die teuerste Weine aus dem Keller holen, was es gibt. Lass uns Freunde einladen. Was gibt Schöneres, als wenn ich mich geirrt habe? Aber was ist, wenn nicht? Tja, wenn Sie sich nicht irren, dann müssen wir darüber sprechen. Deswegen sitzen Sie hier und ich habe wirklich das Gefühl, dass Sie sich nicht irren. Es gibt gerade in Bezug auf den Geist in unserer heutigen Zeit eine, wie soll ich sagen, eine große Manipulation und Sie sehen von allen Lügen, auf die auf uns herabsinken, sehen Sie quasi diese als die gefährlichste und ich würde Sie gerne fragen, warum diese Lüge alle anderen Lügen übertrifft und zwar geht es um den Klimawandel. Ganz krasses Beispiel. Es gibt seit, wann war das jetzt? Ende Mai hat ein junger YouTuber ein Video gepostet, das nennt sich die Zerstörung der CDU und kurz vor der Wahl war das eben, das hat groß Furore gesorgt, weil es millionenfach geklickt worden ist, weil er die Zustände, wie wir sie haben, exemplarisch wirklich gut aufzeigt. Ich habe mir das auch angeschaut, aber wirklich, er zeigt sehr vieles auf, wird fantastisch recherchiert und auch wirklich alles, was wir hier besprechen, aber er ist trotzdem Opfer einer Propaganda und ist sich dessen gar nicht bewusst geworden, weil er auf diesem Klima-Umwelt-Thema die Hälfte dieses ganzen Videos verbracht hat und obwohl er ein schlauer Mensch ist, offensichtlich nicht erkannt hat, welche Art der Manipulation stattfindet, gerade in Bezug auf die Klimalüge. Wie konnte es soweit kommen, zum einen, dass also vermeintlich die gesamte wissenschaftliche Elite sich hat zum Narren halten lassen und dass jeder, der auch nur ansatzweise ausschert aus diesem Gedanken, dass der dann sofort als Leugner bezeichnet wird. Das ist ja bei uns ein ganz probates Mittel, um Menschen zum Schweigen zu bringen, weil Leugnen tut ja nur derjenige, der was zu leugnen hat von unserer letzten Vergangenheit. Ich will es jetzt gar nicht aussprechen, Sie wissen, was ich meine. Wie konnte es soweit kommen, dass sich eine ganze Gesellschaft in so einen kollektiven Wahn gesteigert hat und warum glauben Sie, dass das von allen Lügen, die es gibt, neben 9-11 und sonst was, sogar noch schlimmer ist wie alles andere? Erstens mal, weil sie weltweit greift. Okay, ja, nicht nur lokal, sondern... Genau, die lokalisiert nicht ein bestimmtes System, die greift nicht die böse Amerikaner oder die noch böseren Russen oder irgendwie nicht böse definierte Chinesen, sondern sie ist global. Und die Klimalüge, das wiederhole ich hiermit nochmal, ist für mich eine der gefährlichsten Lügen, weil sie zuallererst diese Klimalüge etwas leugnet, nämlich die Umweltzerstörung. Ja, ja, der größte Punkt von allen. Ganz genau. Das heisst, je mehr wir über Klima sprechen, desto weniger sprechen wir über Umwelt. Das weiss keiner besser als ich, der in diesem Bereich auch geschäftlich tätig unterwegs ist. Das heisst, die Umweltzerstörung ist etwas real vorhandenes und ist etwas, was sich vor unserem Auge wirklich abspielt. Und zwar drastisch. Und zwar drastisch. Wir überdecken das mit der Klimadiskussion und heutige Klimakonferenzen sind ja Wirtschaftsforen. Da geht es um Ressourceverteilung, vielfach ist die Ressource Geld, wo soll wie viel Geld hinfließen, etc. Das ist das eine. Aber das hätte mich noch nicht veranlasst, diese drastische Formulierung zu wählen. Die drastische Formulierung, dass das einer nach meiner Wahrnehmung, und ich entschuldige mich jetzt bei allen, die aufschreien, nehmen Sie meine Wahrnehmung nicht an. Behalten Sie Ihre eigene. Aber nach meiner Wahrnehmung ist es die gefährlichste, weil sie zu einem Waffe gemacht wird. Das heißt, dieser Klimagedanke wird immer mehr, kann auch zu einer wirksamen Waffe sterilisiert werden. Weil Sie im Schutze des Klimas plötzlich alles unterdrunter tun können. Wir würden beispielsweise, ich will mal ein virtuelles Beispiel nennen. Nehmen wir mal an, was, wie Sie wissen, nicht möglich ist. Man platziert irgendwo eine Lüge. Sie wissen ja, dass es in den Medien unmöglich ist. Ja, absolut. Man platziert eine Lüge, dass beispielsweise in China oder in Indien irgendwo, irgendwer, irgendwas macht, was uns klimatisch zerstört. Sie hätten auf der ganzen Welt, von den knapp acht Milliarden Menschen, hätten Sie wahrscheinlich sechs Milliarden Menschen, die sagen, ja, den muss man vernichten. Weil der will uns ja alle umbringen. Bis wir dahinter kommen, dass eine Lüge weist, der längst tut. Merken Sie was. Und Waffen haben wir genug. Ja, das ist, das ist da diese physische Betrachtung. Ja, wo ich einfach gesagt habe, im Schatten dieser aufgebauten, äh, 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 Klima, äh, können wir alles tun. Ja. Können es politisch nutzen. Tun wir auch. Man sieht es an dieser Fridays for Future Bewegung, dass die jungen Leute so einen inneren Antrieb entwickeln, äh, vermeintlich das Richtige zu tun, aber gar nicht wissen, wem Sie da eigentlich nachlaufen. Wie kommt es ein bisschen vor wie beim Rattenfänger von Hameln, ja? Ja. Der die Kinder in den Berg führt. Ja. Ja. Also, ähm, äh, ich meine, äh, zu sagen jetzt, man soll nicht hören, was die Kinder sagen, ist genauso falsch, wie jetzt zu sagen, lass uns das tun, was die Kinder sagen, ja? Also, wenn es das wäre, dann hätte es die Schöpfung auch so zurechtgelegt, ja? dann wären ja die Kinder die Lenker und so weiter, ja? das ist aber nicht möglich, weil sie es noch nicht wissen. Sie sind im Lernprozess. Also, ich finde das politische Erwachen von dieser Generation fantastisch. Ist es aber nicht. Es ist aber fehlgesteuert. Reden Sie mit den Kindern auf der Straße, Sie werden feststellen, es ist kein politisches Erwachen, äh, wenn Sie mit den Kindern, die da mitmarschieren, die finden es fun und die finden es geil, dass es keinen Unterricht gibt und so weiter, da fallen übrigens ganz andere Ausdrücke und ganz andere Thesen und, und, und. Viele wissen gar nicht, warum sie es Freitag frei haben, plötzlich und so weiter, ja? All das, ich mische mich da nicht ein. Solange die Menschheit so, sorry, bescheuert ist, dass sie das als eine Trendwende ansieht, so lange kann ich nur Mitleid empfinden. Wo ich, wo mein Mitleid nicht mehr ist, also Zorn kann in mir nicht aufsteigen, den habe ich längst abgeschafft, aber wo eine tiefe Enttäuschung ist, wenn beispielsweise zumindest mal real gebildete Politiker oder Politikdarsteller oder diese Schauspieler in der Politik, wenn die das aufgreifen und sich anfangen, auch auf diese Kinderzug zu setzen, anders kann ich es ja nicht sagen. Jetzt setzt sich so ein zierlich geratener Politiker sowieso und winkt von diesem Kinderzug und sagt, ich bin einer von denen, wählt mich und so weiter. Das ist erbärmlich. Das ist sehr, sehr erbärmlich. Aber ich will nur ganz kurz zu Klima Ihnen noch was sagen, vielleicht lassen wir das abschliessen. Klimawandel zu leugnen ist nicht möglich, weil Klima wandelt sich immer. Es gibt niemanden, der sagen kann, Klimawandel, das ist falsch. Aber zu glauben, dass wir in der Lage sind, Weltklima, dass auch mit kosmischen Kräften verbunden sind, maßgeblich mit unserer Sonne etc., dass wir das beeinflussen, ob wir vier- oder sechszylinder fahren, das ist nicht nur lächerlich, das ist dämlich. Sie haben es toll geschrieben, nur Lügen haben aufwendige Umwandlungen als Tarnung nötig. Die Wahrheit steht von alleine, nur die Lüge braucht die Stütze. Die Wahrheit wird auch immer gezeigt. Ich will Ihnen einmal zwei Zitate jetzt hier sagen. Also einer der Zitate hat mich sehr inspiriert von Gautama Siddhartha, das war der erste Buddha, also der Begründer des Buddhismus, der gesagt hat, drei Dinge können nicht lange verborgen bleiben. Sonne, Mond und die Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit wird gesagt. Sie haben vorhin nebenbei haben sie 9-11 erwähnt und so weiter. Wir wissen, glaube ich, dass es eine andere Wahrheit geben muss, neben der offiziellen Wahrheit. Das ist die Basis unserer Arbeit hier. Ich glaube, ohne 9-11 hätte es ein Who We so gar nicht gegeben werden. Das ist klar. Ich glaube, das müssen wir hier nicht nochmal wiederholen. Aber ich will Ihnen etwas anderes sagen, damit es ja auch ein bisschen, auch für Sie vielleicht, mal noch ganz kleine Millimeter, die Jalousie weiter nach oben geht. Wir kennen die Wahrheit. Die Wahrheit ist da. Aber wir sehen weg. Und da komme ich zum zweiten Zitat. Wer sehen will, sehe. Wer hören will, höre. Jesus Christus. Ich habe dieses Zitat nirgends gefunden, dass der gesagt hat, ihr Menschen, ihr werdet alles sehen müssen. Oder ihr werdet eines Tages alles hören müssen. Nein, es heißt klipp und klar, wer sehen will, sehe. Wer hören will, höre. Das war's. Deswegen ist hier Gautama Siddhartha, seines Zeichens der erste Bruder, und Jesus Christus in absolutem Einklang. Die Wahrheit ist da. Und einer, der sich von der Wahrheit abwendet, ja, die Wahrheit ist doch deswegen nicht weg. Die ist ja trotzdem da. Und so, wenn jetzt beispielsweise unsere gesamte Tagespolitik ausblendet, dass die Sonne irgendetwas mit unserem Klima zu tun hat, was wirklich rein physikalisch und neutral wissenschaftlich betrachtet eine der größten Dummheiten ist, so etwas einzunehmen, eine wirklich der Himmels schreiende Dummheiten ist, wer das behauptet, der hat doch deswegen diesen Prozess, dass das, was unsere Klima steuert, nämlich die Sonneneinstrahlung und die Sonneaktivitäten, dass das einfach 99,1% ausmacht und alles andere. Ja, wir sind Kreaturen, lieber Herr Stein. Wir sind nichts groß nützige und häufig auch nicht wahrnehmbare Kreaturen in diesem Universum. Diese, diesen Typus Mensch, den Sie da gerade beschrieben haben, der sich jetzt also quasi dieser vermeintlichen Wahrheit angenähert hat, das habe ich in einem guten Zitat von Ihnen gefunden, aber Sie haben jemand anderes auch zitiert und das geht, Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine kranke Gesellschaft zu sein. Da habe ich jetzt schon mehrfach drüber nachgedacht, dass wirklich unsere Gesellschaft, die knarzt und ächzt an allen Ecken und Enden, der Professor, der Dr. Hans-Joachim Maaz hat das als die Normopathie beschrieben, also sprich, wenn ein Großteil der Bevölkerung sich einer Störung gar nicht mehr bewusst wird, dann ist das die Herrschaft der Normopathen. Und genauso sehe ich das jetzt auch gerade in Bezug auf den Klimawandel, nur noch ganz kurz, dass diese vermeintlichen Wissenschaftler und Medienleute und Politiker sich einfach nur an diesen vermeintlichen Konsens angehängt haben, ohne sich selber dessen überhaupt nur ansatzweise bewusst zu sein, wie krank das eigentlich alles ist. Wir haben dort eine weitere Größe, die wir vielleicht ansprechen sollen, so viel Zeit muss sein. Das ist die, Anführungsstriche, Wissenschaft. Ich beobachte Wissenschaft und das fällt mir nicht besonders schwer als Nichtwissenschaftler. Damit bin ich nichts etwas minderwertiger, sondern ich bin außerhalb von dem Zirkel zurück zu dem Satz Thinking outside of the box. Das heisst, ich bin nicht wissenschaftlich sonderlich tätig, aber ich beobachte das, was die Wissenschaft tut. Und ich habe in diesem Buch einen Begriff bemüht, der vielleicht nicht nett ist, aber dafür war, gesellschaftlich relevante Wissenschaft. Das ist gepflegt, das ist der Form zu sagen, dass hochgeschuldete und gebildete Leute auftragsmäßig ihre Arbeit tun. Was aber wiederum am Ende nicht weder fremd ist, noch abartig oder sonst was, weil wir haben immer, unsere Gesellschaft ist ja nach dem Prinzip Auftraggeber, Auftragnehmer organisiert. So, da ist es alles. Das ist bei den Geheimdiensten so, das ist bei den Staatslenkern so, das ist bei den Konzernlenkern so und das ist bei dem Gabelstapler so, Fahrer so. So, das heisst, wir haben einen Auftraggeber und einen Auftragnehmer. Und die Wissenschaft ist häufig, direkt oder indirekt, meistens indirekt, ein Auftragnehmer. Im Sinne ihrer Finanzierung etc. In der Medizin, ich muss ja gar nicht ausführen. Wer finanziert wissenschaftliche Arbeit in der Medizin? Die Kranken? Nein. Danke. Gut. So, und da entsteht ein Abhängigkeitsverhältnis. Das heisst, wissenschaftlich, wir brauchen heute sehr häufig wissenschaftliche Beweise. Das heisst, wir haben eine Theorie, wir haben ein Ziel und wir haben ein Resultat. Und wir brauchen jetzt einen Wissenschaftler. Und wenn ich jetzt den Herr Stein als ein toller Wissenschaftler mit seinem Team habe, sage, Herr Stein, können Sie das wissenschaftlich beweisen? Dann sagt er, ja. So, dann geht der Stein hin und macht eine wissenschaftliche Studie. Die veröffentlicht er und dann wird das plötzlich, und dann ist das ja quasi nicht mehr verrückbare Wahrheit. Das ist hochgefährlich. Wissen Sie, in die Betrachtung durch die Zeiten habe ich die heutige Wissenschaft, die meistens, die gesellschaftlich relevante Wissenschaft, nehme ich wahr, auch hier beobachten Sie bitte, was ich sage, ich nehme das so wahr, als wir früher die Religionen und Religionsvertreter wahrgenommen haben. Das heißt, es gab Staatslenker etc., aber die letzte Instanz, töten oder nicht töten, angreifen oder nicht angreifen und so weiter, hat man den Priester noch gefragt. So, und der hat Kraft seine vorgegaukelte Anbindung Segen gegeben. So, was wir heute erleben, ist, wenn ein Politiker nicht weiter weiß, und mit Verlaub vielen passiert das sehr früh, dann ist er überglücklich, wenn er irgendeine, meinetwegen noch so schwachsinnige wissenschaftliche Studie ziehen kann und zitiert daraus. Das alles ist immer noch nicht verwerflich genug. Verwerflich ist, wie wir darauf reagieren, weil wir dann sagen, oh, und das ist jetzt wissenschaftlich nach, ja, da muss man sich jetzt wissenschaftlich befassen. Ich kenne übrigens Kollegen, die auch Bücher schreiben etc., und die auch von mir geschätzt sind in alle Richtungen, die auch immer wieder sich auf diesen Begriff stürzen und ein bisschen, obwohl sie mehr wissen, von dem Begriff nicht wegkommen. Und ich will Wissenschaft nicht entwerten. Ich will sie schon gar nicht kriminalisieren. Ich stelle sie nur für einen kurzen Moment in eine ungeschminkte Art und Weise vor. Es gibt wissenschaftliche Arbeiten, die sind unabhängig, da müssen sie ergebnishoffen sein, aber dann haben sie häufig das, dass eben bestimmte Arbeiten, die werden ja heruntergeprügelt, weil sie politisch nicht gewollt sind. Die ganzen Untersuchungen zu Funkstrahlen, Handys und sowas. Funkstrahlen, ja, genau. Ja, oder Impfung zum Beispiel. Also wir können über Impfung so viel nachlesen, aber wenn sie heute gegen der Impfung sind, keine Ahnung, was sind sie? Wahrscheinlich Nazi, ja. Also das ist die schnellste Form, jemanden in eine Ecke zu schieben, aus der, der nicht so schnell wieder rauskommt. Also Sie haben es auch postfaktisch genannt oder flexible Wissenschaft. Flexibel, ja. Eigentlich haben Sie ja damit wirklich auch das IPCC beschrieben, also sprich, dass eine wissenschaftliche Vereinigung gar nicht forscht, sondern nur nach einem speziellen Ergebnis sucht, nach dem Weltklimarat, dass die also nur das machen, zu beweisen, was sie eigentlich glauben von Anfang an. Ich darf Sie ein zweites Mal korrigieren in dieser Sendung. Ich habe das nicht beschrieben, ich habe das zitiert. Bei der IPCC war es nicht notwendig, irgendwas zu garnieren oder darzustellen oder anzunehmen, sondern es war ausreichend, zu zitieren. Die Menschen, die haben diesen Auftrag, das so zu machen. Und wenn ich das, ich meine, vielleicht bin ich wirklich jemand, der zurückgeblieben ist und ich denken kann, aber lesen schon. Ich weiß, was Sie meinen. Ja, also das Thema Klima müssen wir auch gar nicht weiter ausbreiten. Das ist vielen so bekannt. Ich frage mich nur, wie es so weit kommen konnte, dass sich eine ganze Gesellschaft dermaßen auf dem Holzweg befindet und wir, die wir sie aussprechen, die Buhmänner sind. Oder Sie haben so geschrieben, je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie jene hassen, die sie aussprechen. Immer so. Immer schon so gewesen. Die wahrheitssprechenden Menschen sind immer unbequem gewesen. Wir haben doch ein leuchtendes Beispiel, das kein Mensch, kein lebender Mensch auf der Erde vergessen darf. Jesus Christus. Wahrheitsbringer. Wo ist der Wahrheitsbringer auf der Erde gelandet, bitte? Auf der Erde. Am Kreuz. Sehr geehrter Herr Stein, meine Damen und Herren, wenn wir gar keine andere Beispiele hätten, sollte uns diese Beispiele reichen, wie es einem Wahrheitsbringer geht. Und heute haben wir vielmehr das Problem, dass wir natürlich auch in unserem physischen Leben hängen, auch an dem, was wir so alles aufgebaut haben, und dann vielfach auch sagen, das sage ich jetzt lieber nicht. Ja, auch wenn wir es sehen, und schon gedeiht alles andere. Ja, ich bin, ich möchte an dieser Stelle auch nicht viel mehr sagen. Ich glaube, ich entwerte die Aussage, wenn ich weiter rede. Ich habe denjenigen erwähnt, der uns die Wahrheit gebracht hat, und ich habe auch uns erwähnt, was wir ihm angetan haben, und die Formulierung ist übrigens richtig, wenn ich sage wir. Sind Sie eher ein christlicher, ein spiritueller, ein religiöser Mensch oder ein glaubender, ein wissender? Wie würden Sie sich selber bezeichnen? Weil ich höre raus, dass Sie aus diesem Gedanken, aus dieser Figur oder aus diesem leuchtenden Beispiel, was Christus gegeben hat, auf viel Kraft ziehen, habe ich den Eindruck. Das ist die Kraft. Es gibt keine andere. Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, dieses Gesetz des Lebens. Das Leben ist im Grunde Bewegung. Damit ist aber nicht die Frage beantwortet, woher kommt die Kraft für die Bewegung? Mit Verlaub auch die ganzen Wissenschaftler auf der ganzen großen Welt, weder damals noch heute, können das beantworten. Und die Kraft ist die Geistige. Und die Kraft ist von dort. Das heißt, genauso wie Sie Ihre Kraft schöpfen von dort, so schöpfe ich mal. Wir schöpfen aus dem gleichen See. Unsere Kraft ist von Gott. Und meine Beziehung in diesem Zusammenhang, Sie haben mich als Christ beschrieben, das ist nicht falsch. Aber ich will das korrigieren. Und ich denke, unsere Zuschauer haben Anspruch darauf. Und ich zitiere mich selbst. Vor wenigen Tagen habe ich einem katholischen Priester gesagt, in einer mehr oder weniger privaten Unterhaltung, ich habe ihm gesagt, ich glaube so unumstößlich an Gott, dass es mir sogar schwerfällt, seinen Namen jetzt so auszusprechen. wir sprechen das viel zu häufig und viel zu unüberlegt aus. Ich glaube so unumstößlich an Gott, als dass ich mir diese Glauben von keiner Religion eintrüben lassen werde. Und er hat nachgedacht, es hat ihn kurz geschüttelt, und er hat gesagt, den Satz muss ich mir aufschreiben. Ich habe ihm gesagt, Sie sind ja, ich weiß ja aus welchem Verein Sie kommen. Und ich habe übrigens wirklich so gesagt, der ist ein Franziskaner. Und ich habe gesagt, Sie haben Ihre Verordnungen, Ihre Ordnung, Ihre Geschäftsmodelle etc., das sind Ihre Leitplanke, das Sie in Ihrem Leben haben. Aber die möchte ich nicht für mich gelten lassen. Auf alle Wegstrecke, wo Ihre Leitplanke und meine Leitplanke sich über eine Beistimmung sind, sind wir dicke Freunde und gehen miteinander. Aber wenn ich feststelle, dass Ihre Leitplanke eine Biegung machen, wo ich aber die Biegung nicht machen werde, sind das nicht mehr meine Leitplanke des Lebens. Weil ich habe nur eine Betrachtung, ich schaue nur hinauf, wenn ich an ihn denke und im Gebet, und ich werde keinen lebenden Menschen anbeten. Ich habe auch Mühe, wenn ich in der Kirche bin, und das bin ich ja ab und zu, und wenn es heißt, und beten wir jetzt für unseren Bischof sowieso, da weiß ich nicht mehr, am liebsten würde ich gerade auf die Ausstellung gehen. Weil ich sage, ich will gar nicht jetzt mehr hier sitzen. Warum soll ich für diesen Bischof beten? Ich kenne ihn ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, was der gemacht hat. Wir erleben jetzt, dass es Bischöfe gab, die haben Dinge gemacht und vielleicht ist es ja auch in der Gegenwart manchmal der Fall, wo wir uns ekeln davor. Ganz und gar nicht christlich. Ja, warum soll ich jetzt in dieser Zeitspanne an ihn gebetet haben? Da muss ich auf die Knie und sage, vergebe mir, dass ich überhaupt in diesem Raum war. Man merkt es nämlich, wenn man es liest, dass das immer wieder durchschwingt, dieses große Bild, das Sie da zeichnen. Also Sie haben in dem Buch natürlich auch viele Analysen gemacht, auch für das normale Leben. Sie haben viel Lebenserfahrung, Sie haben viele Menschen gesehen durch Ihre Arbeit, durch Ihren Weg, den Sie gegangen sind. Und ich lese immer wieder raus, dass Sie da eben die Kraft rausziehen, aber auch versuchen, das Verständnis für diese geistigen Konzepte zu zeichnen. Gerade am Ende des Buches, wenn Sie dann auf die großen Fragen kommen, Gesetz der Reinkarnation, Gesetz der Resonanz, so wie oben, so wie unten, das merkt man ja alles. Ich habe aber am Schluss von dem Buch noch etwas gefunden, einen Gedanken, den ich bisher so noch nie aufgeschnappt habe. Und zwar in einem Satz, Tesla und Einstein werden nie Freunde geworden, haben Sie gesagt. Unmöglich. Und da war ich dann, hä, was ist das jetzt? Und da habe ich gesagt, was meint der jetzt damit? Und dann geht das eben im Prinzip in die Richtung, dass Tesla wollte einfach Energie erzeugen, die im Einklang ist mit der Schöpfung. Er wollte quasi in Harmonie gehen, in Schwingung mit seiner Nullpunkt-Energie-Magnete, der Worden-Kleif-Tower, und das wissen wir ja alles, was der gemacht hat. Und er hat alles verachtet, was auf Zerstörung hinausläuft. Und Einstein, mehr oder weniger, hat mit seinen ganzen Konzepten die Kernspaltung mit auf den Weg gebracht, also wie Sie es genannt haben, eine Entsorgungssackgasse. Also das genau gegensätzliche Prinzip. Er hat sich zwar später dann, als man die Atombombe gemacht hat, davon distanziert, aber das war sein geistiges Konstrukt. Also sie sind sichtbar geistige Wege eingeschlagen, die beiden. Und stehen die beiden nicht vielleicht auch für die unterschiedlichen Konzepte, die wir auf der Welt haben? Der Einklang mit der Natur, die Harmonie mit dem Kosmos, mit dem Universum, mit den Gesetzmäßigkeiten, die uns ein Leben ermöglichen würden, wie wir es uns nicht mal vorstellen können. Und auf der anderen Seite auch die dunklen Kräfte. Der Name Lucifer taucht auch einmal auf in diesem Buch. Sehen Sie das auch so in diesem Beispiel mit Tesla und Einstein, dass da zwei komplett grundsätzliche Prinzipien aufeinander geknallt wären? Meine Wahrnehmung, ja, eindeutig. Weil ich habe von Tesla, sage ich mal, nicht nur seine Intention der Energiegewinnung, sondern auch die andere Erfindung angeschaut. Das sind ja knapp tausend. Wenn wir es wegnehmen würden aus der Gesellschaft, würde alles stehen bleiben. Wir würden nicht miteinander sprechen, diese Sendung gäbe es nicht und so weiter. Und vom Kollege Einstein haben wir Kernspaltung und das ist eine gut messbare Energiegewinnung, wo das Zählwerk gelaufen, laufen gelassen werden kann, dass die Abrechnung funktioniert. Hätten wir Tesla seine Energie, wäre die Abrechnung schwierig gewesen, weil der wollte uns einen Zugang verschaffen, der wollte der Menschheit einen Zugang verschaffen zu der allgegenwärtigen Energie. Ja, aber und sein Mentor damals hat ja in seinem Zorn folgendes Satz gesagt, soweit ich das richtig recherchiert habe. Der Mentor von Tesla. Der Mentor von Tesla. Hat mal gesagt zu seinem Sekretär, tragisch, wenn der Mann verrückt geworden ist, aber noch schlimmer ist es, wenn er nicht verrückt ist. Was sollen wir dann noch verkaufen? Antennen? Was sollen wir verkaufen? Sollen wir Antennen verkaufen, wenn der Idiot jetzt die ganze Welt mit der Energie versorgt und so weiter. Und da sind wir eigentlich dabei. So, Ihre Frage war aber eine andere. Wissen Sie, ich habe mein Cover von dem Buch nicht umsonst schwarz-weiss gestaltet. Wir sind immer, ich habe vorhin gesagt, alles hat nur Richtung nach oben oder nach unten. Alles ist schwarz oder weiß, erst mal. Natürlich läuft es ineinander und es gibt ja keine scharfe Grenze, wie bei meinem Buchcover. Das ist natürlich provokant inszeniert. Diese Grenze gibt es ja nicht. Und so, um Ihre Frage so zu beantworten, wie ich sie glaube, zu beantworten zu können. Ja, ich sehe den Einstein eher in dem dunkleren Bereich. Und ja, ich sehe den Tesla nach oben strebend. Wobei ich an dieser Stelle, und da möchte ich mich wirklich nicht versündigen, möchte ich nicht dem Einstein jetzt im Nachhinein irgendwelche Urteile aussprechen, was ich de facto nie tue, sondern auch er war vielleicht ein Suchender, ein Glaubenwollender. Es gibt da viele überlieferte Sätze und so weiter. Und der Einstein hat auch gesagt, als er irgendwo nicht weitergekommen ist, bin sicher, der Alte würfelt nicht. Also mit dem Alte hat er den Herrgott gemeint. Und so weiter. Das heißt, er hat ja gesehen, dass irgendwas nicht stimmt. Aber die Ebene, wo er sich befand, und die Förderkräfte, die ihn gezogen haben, die waren so stark. Und da bin ich ja wieder bei meinem Titel, die geistige Unterwerfung, Fremdherrschaft über unsere Gedanken. Vielleicht war der Einstein am Ende eine sehr berühmte Exemplare, wo eben die Fremdherrschaft über seine Gedanken, Kraft der Beeinflussung des Kapitals, des Alles und so weiter, was um ihn herum sich gebildet hat, dass er dem unterlegen worden ist. Und vom Tesla wissen wir, dass der verarmt in einem Hotelzimmer gestorben ist. Als Gnadenbrot hat man ihm halt noch so ein Hotelzimmerchen gegeben, im New Yorker. Das sind Fakten. Und ich habe einfach in meinem Leben gelernt, auch als Unternehmer, nicht als Autor, im Zweifel, nimm die Fakten. Ja, von der Qual aufzuwachen, habe ich einen Gedanken rausgeholt aus Ihrem Buch. Ja, dass es für viele Menschen ein totales, wie soll ich sagen, eine sehr große geistige Anstrengung ist, sich in diesem Weg aufzumachen. Ich habe Ihr Buch eher so als Aufruf zur Selbstverwirklichung gelesen oder vielmehr so als Ratgeber, wie man denn mit diesen ganzen Situationen umgehen kann. War das Ihre Intention, vielleicht so eine Art Gebrauchsanweisung für die jetzige Zeit zu schreiben? Mein Anspruch ist noch viel niedriger. Wenn ich es schaffe, den Menschen, sinnbildlich gesprochen, nur ein bisschen seinen Blick zu drehen, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ich will ihn nur animieren, die Dinge zu hinterfragen. Sich selber einzubringen, ohne Marktschreier zu werden, ohne Politiker werden zu müssen. Ich habe vor zwei, drei Tagen in einer Tageszeitung ein Interview gegeben, da habe ich gesagt, nicht die Putins und die Trumps diese Welt bestimmen ihr Leben. Ihr Leben bestimmt jeder selbst. Und wenn die Welt nicht in Ordnung ist, dann schaff mal erst mal deine Welt in Ordnung. Dann ist sie an der Stelle in Ordnung. Du bist ein Baustein dieser Welt. Und das wollte ich, und übrigens in meinem ersten Buch, Die Verkaufte Demokratie, dort habe ich mein Lieblingszitat, dort ist, mein Lieblingszitat, das Cover mir so gut gefällt, ist dort, nichts ist wie es scheint und nichts scheint wie es ist. Das soll sie nur animieren. Wenn sie da vorne eine propagierte Wahrheit sehen, zwingen sie sich, sich genau 180 Grad zu drehen und schauen sie in die andere Richtung und sie werden eine andere erkennen. Nun sind sie dann immer noch frei und sagen, welche ihnen besser gefällt. Ich sage ihnen aber, es existiert nur eine. Ihre sogenannte Wahlmöglichkeiten nach der Wahrheit gibt es nicht. Sie können sich nur entscheiden, was sie annehmen. Aber sie können sich nicht entscheiden, was wahr ist und was nicht. Weil das Wahr bleibt auch dann wahr, wenn sie nicht daran glauben. Ich habe gerade zum ersten Mal hinten diese Figur gesehen, die der Person vorne was einflüstert. Ja klar, logisch, weil das ist ja immer hinter dem Vorhang gibt es noch einer und so weiter. Deswegen verstehen wir, wir verstehen unsere politische Ordnung nicht, weil wir glauben, also es gibt tatsächlich Menschen in diesem Land, die glauben, dass Merkel was zu entscheiden hat. Also selbstverständlich. Also ein Polizeibeamter entscheidet im Konfliktsituation auch erstmal autark. Nur jeder weiß, wenn er falsch entschieden hat, verliert er seine Uniform und so weiter, alles und so weiter, ist er irgendwann ein armer Mensch. Nicht anders geht es ja bis zu Merkel und meinetwegen auch bis zu Putins, diese Welt. Weil irgendwann ist es tatsächlich nur gefragt, ist deine Entscheidung richtig gewesen für den, der in den Vorhang schaut, ob alles richtig läuft oder falsch. Und wenn sie nicht gut war, deine Entscheidung, deine Äußerung etc. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich erinnert, dass der Kennedy mit der Kugel im Kopf geendet hat. Und er war aber nicht der einzige Präsident, der ist nur der Prominenteste, den die Amerikaner, oder Entschuldigung, in Amerika umgebracht haben. In meinem Ex-Heimatland und so weiter, der ist übrigens ähnlich wie Amerika berühmt dafür, dass wir dort unsere Präsidenten ausliefern, exekutieren und so weiter. Ich spreche da sehr häufig von verfluchten Völker, weil wer seine Führer so behandelt und so weiter, der meiner Meinung nach auf dem lastet ein gewisser Fluch. Wie gehen wir denn jetzt raus aus unserem Gespräch? Weil das merke ich auch immer wieder... Sie laden mich zum Mittagessen ein und wir sind fertig. Weil wenn wir in diese Themen einsteigen und das merke ich auch in persönlichen Gesprächen und auch bei den Kommentaren immer wieder, dass viele Leute sagen, boah, das ist alles so schwer und ich will mir das nicht antun und danach fühle ich mich immer so blöd. Und ich für mich selber habe meinen Weg gefunden, trotz dieser ganzen Dunkelheit, die sich da auftut, unglaublich viel Licht zu erkennen. In jedem Aspekt des Lebens begegnet mir die Schöpfung auf ihrer großartigsten Weise. Wenn ich nur alleine die Kulisse anschaue, was das bedeutet, dieses Symbol der Pyramide und so. Was könnten Sie denn den Menschen mitgeben, die neu sind? Wenn jemand sich mit denen allen noch nicht beschäftigt hat und der bekommt zufällig ihre Bücher in die Hand und stellt dann fest so, oh Gott, ich habe mein Leben komplett falsch disponiert. Was kann man so einem Menschen, die Glaubenwollenden, was kann man denen mit auf den Weg geben? Was gibt es Schöneres als zu erkennen? Ich habe bis jetzt alles falsch gemacht, als Beispiel. Moment, da muss ich drüber nachdenken. Was gibt es Schöneres als zu erkennen? Weil das ist das Wort Erkennen da drin. Das ist doch das Schönste. Das heißt, es liegt schon hinter mir. In dem Augenblick, wo ich das erkennen, ist es schon die Vergangenheit. Ab diesem Augenblick habe ich alle Mittel und alle Wege dieser Welt, die sich mir bieten, es anders zu machen. Vor mir. Und das ist es. Das habe ich vor mir. Mehr brauche ich nicht. Deswegen habe ich vorhin nur für diese leichte Drehung gesagt. Und im Übrigen, Sie haben soeben einen Menschen geschrieben, der nicht aufstehen will aus dem Bett, der seinen Kopf in der Kopfkissen vergräbt und sagt, ich will das nicht sehen, dass hier schlafen, Mensch, lass die Rollladen da runter, es war so schön, ihr habt vorhin so schön geträumt, es ist so kuschelig und so weiter. Und dann dreht er sich rum und vergräbt sein Gesicht in die Kissen. Und er sagt, oh, ist das schön. Können Sie mir mal sagen, was der Mensch sieht? Er sieht nichts. Er sieht von der Schönheit des Lebens gar nichts. Er sieht nicht die Farbe der Natur, er hört nicht zwitschernde Vögel, er sieht nicht die Bäume, er sieht nicht das Licht, er sieht gar nichts. Er lebt in einer Illusion der Schönheit. Und ich will versuchen, diese Menschen aus dieser Illusion der Schönheit rauszuholen, dass ich ihm sage, nur wenn du aufwachst, wirst du die Schönheit kennenlernen. Jetzt bist du in der Illusion der Schönheit. Weil alles, was sich um uns herum abspielt, ist ein bisschen so nach der Zauberkünstlertricks-Systematik aufgebaut, uns eine Illusion aufzubauen. Wir haben jetzt gerade auch Illusion, dass wir wählen gehen. Also wählen würde bedeuten, ich bekomme das, was ich gewählt habe. Also ich glaube, jetzt dürfen wir lachen. Ich habe gestern aufgeschnappt, die Wahl ist eigentlich nichts anderes wie eine große Meinungsumfrage. Gerade die EU-Wahl, weil es sich sowieso nichts verändern wird. Ja, mit variablem Ausgang. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich danke Ihnen für das Gespräch und auch für die Arbeit, die Sie in dieses Buch gesteckt haben. Vielleicht erlaubt es Ihre Zeit, das ein oder andere Gespräch nochmal über Ihre anderen Bücher zu machen. Und ja, Mittagessen, das wäre jetzt auch keine schlechte Idee. Da bin ich gerne dabei. Ich danke Ihnen recht schön. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Danke schön. Und liebe Zuschauer, hier nochmal in schwarz und weiß die geistige Unterwerfung, die Fremdherrschaft über unsere Gedanken erschienen, ist es im Leonardo Verlag. Prädikat, besonders wertvoll, steht in meiner Bibliothek ab jetzt drin und ich wünsche einen großen Erkenntnisgewinn, wenn ihr euch in diese Welt aufmacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei uns bei Nuviso. Alles Gute. Alles Gute. Untertitelung des ZDF, 2020